herzlichen glückwunsch an alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble heute ist dienstag ich spiele days after und ich habe gestern schon ein bisschen gespielt wollte mich bis vorbereiten bin zum ende gestorben habe ich jetzt auch 100 essen 100 trinken null radioaktivität und volles leben also dann bis gleich los geht es oder auch nicht ich habe besuch stand okay ich brauchte nicht okay weiter geht es irgendwie geht das spiel immer wieder aus ich hoffe jetzt geht es nicht mehr aus meine basis hat sich ein bisschen verändert ein steinmetz wichtig wichtig für stoffe dann eben noch ein tisch für stoffe hat sich viel verändert hier ist doch die wanne fürs räuchern steinkohle für gestern sah es noch anders aus hier war das buch hier und die steine waren hier das kann ich vielleicht gut gebrauchen denn ich war gestern an der absturz stelle ich brauche ich brauche das wahrscheinlich weiß habe ich jetzt auch gefunden das hat sich viel verändert hier habe ich jetzt so kochdingens eisenbaren oven schmiede anlage schmelzanlage 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 das hat sich hier sehr viel getan eigentlich hier muss sie noch spielen vielleicht sie jetzt auf 300 schau mal Ich bräuchte jetzt die Brinne. Nein, das schaff ich nicht. Ne, 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 ne. Los, komm her. Ja, noch viel runter. Oh, noch zweimal. Dann vielleicht noch was. Okay. Und dründe. Gut. Seine Fotoschießeln, zack. Belohnung, zack. Und... Kann ich hier noch was aufhalten? Stein und... Stopp. Na gut. Na gut, na gut. Haben wir. Was ist hier vor... Ah, in der Gilde. Mal mal nachher. Ich bin in der Gilde eingetreten und... Am ersten Mal stand da was, dass ich hier was machen kann und jetzt steht das hier nicht mehr. Ich weiß es nicht, bin ich auch in der Gilde drin oder haben die mich schon rausgeschmissen? Weil das war ja eine Quest. Ich trete in einer hier rein. Wo sehe ich denn, dass ich in der Gilde drin bin? Upsa. Warte mal. Warte mal. Hier ist das mit Gilde. Treffpunkt. Oder hier? Gehenständiger Austausch. Warte mal. Ich hab da was im Austausch. Ähm... Wo ist es? Ich glaub hier war das. Genau. Diese beiden. Austausch. Achso. 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 Es muss ein 300 sympathischer Volk sein. Das ist bei ihr hier, ne? Ah. Jo. Gut. Ich denk mal, morgen beziehungsweise mal morgen. Welcher ist das denn? Schau mal. Handschuhe und Mütze kaputt. Oh, Mütze und Handschuhe ganz kaputt. Diese Mütze könnte ich mitnehmen. Ich nehm mir auch die Sache mit. Ich glaub ich werde von... Von dem Flugzeugabsturz bis äh... zur Land... Wie heißt das? Warte mal. Wie heißt das da unten? Bis dahin dann später laufen. Abwurfspunkt. Ja. So. 12 Stunden noch. Hab ich gestern gespielt, die Runde. Und hoffen wir mal. Also ist eigentlich fast clear. Da ist nur der Boss, den krieg ich nicht kaputt. So wie letztes Mal auch. Ich glaub, den Boss nicht stoppt. Der ist so stark. Und ein Gegner ist noch da. Ja. Also... Der Boss und ein Gegner. Was ist das hier? Stall. Ich hab ein Pferd. Hier liegt der Gegner. Ich komm mir jetzt nicht mehr hol, weil ich keine Energie mehr hatte. So. Dann wird erstmal scharf geschossen. Ich hoffe, ich krieg den kaputt. Das wär das erste Mal. Dann bauen wir das mal. Ich hab's geschafft. Ich hab ihn das erste Mal mitgeguckt. Das ist unbesiegend. Ach, ich hab so viel. Also mal. Mal was so. Verwende. Was liegt denn hier noch drin? Seil. Und? Das erste Mal öffne ich die Truhe. Wuhuuu. Also. Naja. Besser jetzt gar nichts, oder? Dann machen wir hier ein paar Sachen rein. Ah, Brust. Nice, nice, nice. Schön. Steinbräuch auch. Packen wir jetzt mal das rein. Und das. Dann bieten wir den kleinen hier. Oh, Mütze kaputt. Handschuhe kaputt. Okay. Jetzt kann ich wieder eine Sache rausnehmen. Oder ist noch was von Farben? Ist noch was von Farben hier? Das war's. Okay. Ich dachte, ich hätte schon gestern alles weggefarmt. War noch zwei Sachen da. Weil der war hier gewesen. Und dann ist er nach hier oben gerannt. Scheiße. Alles weggefarmt. Dann muss ich jetzt probieren. Dann muss ich jetzt probieren. Hör auf in diese kleinen. Leute hier da. Das zu killen. Habe ich ja dann noch geschafft. Weil das hier. Oder mich jetzt gleich. Pferd mit Stein. Und danach muss ich zur Abwurfstelle. Bis gleich. Okay. Wir sind jetzt wieder an der Abwurfstelle angekommen. Und was heißt wieder. Wir sind jetzt an der Abwurfstelle angekommen. Ich kann hier noch einmal was kaufen. Ich habe meine Taschen ein bisschen eher gemacht. Ich habe noch keine Handschuhe. Aber ich habe mir gedacht. Ach, dann ruhig. Dann schaffe ich auch ohne. Ohne Handschuhe. Ich nehme noch mal was zu essen. Ja. Und. Und. Ich nehme die zuerst. Schauer. Kann ich noch mal was kaufen. Ich habe 23. Dafür habe ich 3. Dafür habe ich 3. Wenig. Aber es ist machbar. Gut. Dann würde ich mal sagen. Wir starten das. Ich habe nur noch. Einen Versuch. Eines habe ich ja nicht geschafft. Deswegen ist es bei 0. Wir müssen unsere Sachen aufbauen. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Und. Dann der erste. Dann der zweite. Dann der dritte. Dann der dritte. Dann starten wir das Ganze. Das ist schwierig. Ich habe noch nie mit 3 gespielt. Das letzte Mal war mit 4. Da. 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 Und der hier. Und dann war der hier kaputt. Und. Und der kaputt. Das ist wahr schon. Haken. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Ich bin bereit. Die zu entraten. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Wobei. Den hier. Oh, ich hab da nicht geblieben. Alarm. Was ist das? Ich stelle bevor die Kiste landet, hat Kleiner dann den Ball zu landen. Das war ja mal richtig hart. Das war wirklich schwierig. Alles kaputt gegangen. Hat sich das gerollt? Ja, gut. Aber ist es nicht dabei was ich haben möchte? So ein Mist, ich such diesen Wechselkasten. Okay, dann gehe ich mal schnell einkaufen für die nächste Runde. Also ich brauche mindestens vier. So, die vier. Das sind dann, davon brauche ich vier Stück. Die Reparatur brauche ich auch mindestens drei. Ich kann ihn auch einleisten. Na gut, ganz gellig. Aber das hier ist preisgünstiger. Ja, schön. Gut. Dann würde ich sagen, ich renne jetzt zur Basis. Hol die Sachen für den Sheriff und dann schaue ich mal was der Sheriff verkauft. Okay, jetzt bin ich zum Sheriff gerannt, habe mir meine Sachen aus der Basis geholt. Hier die Ohren und die Zähne. Ich habe zwar gestern geschaut gehabt, nach fünf Stunden wird es immer aktualisiert. Ich kann mir was kaufen. Einmal eins. Und was ist besser? Ja, der macht 61 Schaden. Das Ball ist gleich teuer, ja. Treffer 12. Schaden 16. 4. Der ist auch viel besser. Ich habe immer mit dem Typen gerät und habe mir das nicht durchgelesen. Da habe ich mir jetzt einmal gedacht, ich lese mir mal alles durch, was da steht. Und da steht, da steht dann eine Tafel. Ich so, eine Tafel und dann, oh, da. Und seitdem, glaube ich, alle fünf Stunden kann man, glaube ich, war das immer. Ach, einmal am Tag. Einmal am Tag. Kann mir nachschauen. Aber hier, da, die episch Sachen, die, da kriege ich nichts von. Das ist, ah, noch lange, weit, 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 weit weg. Gut, jetzt geht es zurück. Was kann ich jetzt noch machen? Ich muss erstmal die Sachen hier wegbringen. Und danach... Schauen wir mal. Bis gleich. Habe gerade gefunden, wo der Stall ist. Ich muss den bauen. Es ist eine neue Sache, die man bauen muss. Das ist also Holz, Matsch, Fell und Metall. Metall habe ich. Holz nicht, Matsch auch nicht. Fell habe ich auch. Also, ich brauche die beiden Zahnen. Was hat sich denn hier noch geändert? Das brauche ich. Handschuhe muss ich noch fahren. Ich habe keine Handschuhe mehr. Da bin ich bei. Das habe ich hier im Signal. Da brauche ich nur diese eine Wechseltasche noch. Und sonst habe ich alles. Ja gut, dann bauen wir erstmal den Stall jetzt. Allerdings habe ich nur 30... Ähm... Dingens? Leben? Äh, 30 Leben. 30 Energie. Sprich, ich kann noch einmal reisen. Wo ist Matsch? Matsch ist im Berg. Muss ich im Berg? Da gibt es auch Metall. Obwohl Metall habe ich genug. Ich brauche nur Holz und Matsch. Und dann laufen wir jetzt los. Holz und Matsch, Matsch. Zum Berg. Das sind neun. Könnte ich einmal hin. Und dann noch einmal zurück. Und dann noch einmal hin. Und hier wäre es... Hier könnte ich auch noch einmal hin und zurück. Da gibt es auch mehr Sachen. Hm. Ja. Gehen wir rein. Wird ein bisschen spannender. Ein bisschen schwieriger. Grüne ist ja... Easy. Da kann man ja so durchlaufen. Fast. Fast. Gut. Dann suchen wir jetzt mal... Wo? Da ist der erste Zombie. Ah. Der dahinten sieht mich auch. Hat der Stoff? Stoff? Nein. Falscher Stoff. Arghh. Oh. Ach. Also ich sagte... ... den Teil brauche ich nicht. Ich hab mich auch essen mit dem Sohle eigentlich. Ah. Ne. Das brauche ich nicht. Bisschen mehr. Bisschen mehrbergang. Ich probiere mal so viel. Das ist ein bisschen Essen für die Kunde. Stein braucht es auch. Aber für meine Stein passt es nicht. Aber erstmal muss der Matsch mit. Wer hält sich nicht? Ich weiß gar nicht, was war denn das genau? Wie ist denn das? Ton. 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 Und was war es noch? Holz. Holz, Holz. Das ist kein Holz. Jetzt kommt hier unten langsam was zum Essen. Weil ich ja so intelligent war und das ja Essen mit Kunde habe. Ja. Ach. Damit drückst du mit erstmal. Schau wie weit wir kommen. Krass brauchte ich. Ich musste... Krass brauchte ich. Ich musste... ... 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 Also, weil man keine Fettkampfwaffe hat, ist das schon ein bisschen schwieriger, außer wenn man vielleicht die passende Rüstung hat, dann ist das wahrscheinlich auch leicht. Aber so ist ja erstmal der schwerste hier auf der Karte. Oh, schön. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Ich möchte da nicht mal eine schöne Armbrust hier ballern. Ah, da ist Stoff. So, ein bisschen mehr Stoff. So, ein bisschen weglocken. Den schaffe ich auch so. Das schlägt, trifft mich zwei, dreimal. Sehen wir mal kurz gucken. Nahrung. Nahrung. Essen, essen, essen. Ach, mal wieder. Ist das nicht nice? Was haben wir hier drinnen? Da brauche ich nichts für. Die Nägel brauche ich dich. Fell für die Handschuhe. Ah ne, nur Stoff. Oder die stärkeren Handschuhe. Da bräuchte ich Leder und Stoff. Na, das soll ich doch an der Basis. Naja, egal. Ach, da war der. Ich bin grad klar nicht. So. Ach, warum tritt den Schlag. Mach keine Ahnung. Schafft ich auch. Was für seuchte. Was brauche ich nicht. So viel schöne Sachen. Ich kann gleich nicht mehr hin und her reisen. So. Oh, das ist immer alles. Zombies hier. No. Huch, sag doch nicht. Nein. Das auch noch. Schmerk kaputt. Ah. Das war schon vorher dort. Heute kann anwenden, wenn wir sein. Super Schlacht war. Ich brauche auf jeden Fall Essen. Ich glaube, vier Zombies müssen noch ungefähr hier sein. Ungefähr. Ah, das brauchen wir auch erstmal nicht. Das brauche ich auch erstmal nicht. Tod und Reisen kann ich. Und Stoff. Ich habe mich da fast da unten gemacht. Und so war noch mal die anderen Kübüsse. Die waren überall verteilt. Doch, halt. Hat er doch nicht da reingetragen. Ich würde es dir nicht mehr machen. Das ist mir Alexandria. Das ist mir leid. Meine Hunde haben Hunger. Socken. Joa. Die liegt doch irgendwo irgendwo. Ich muss gerne ein Kürbisse kommen. Kürbisse? Kürbisse? Wie sagt man das? Kürbisse? Über Stein. Ich brauche kein Stein. Steinpreuß war auch richtig viel. Klar. Ich muss jetzt die Beeren essen. Dass da wohl noch länger die Beeren essen. Ach nee. Stopp. Ihr Matsch. Der ist mit zwei Schlägen tot. Und daneben ist einer. Ein langsamer. Oh. Das bauen wir mal in der Basis. Da war noch einer. Ach. Da stand Video angucken. Dann wäre meine Sache nicht kaputt. Was? Nein. Jetzt bin ich ganz nackig. Einen Zombie übersehen. So ein bisschen aber auch. Das sehen wir uns erstmal an. Was habe ich denn? Schuhe. Müsste reichen. Schuhe. Schuhe. Ist die Armbrust kaputt? Ne. Ah doch. Die ist auch fast kaputt. So. Ich glaube ich brauche das gleich. Wollte grad wie das äh. Produzieren. Aber. Äh. Wir schauen mal. Sachen herstellen. Sachen herstellen. Ich glaube ich darf nicht mehr auf die kleinen Sachen hier gehen. Ich muss jetzt immer auf die Sachen hier gehen. Weil das ist alles mit Fell. Und Fell habe ich genug. Ja. Ich darf nicht mehr auf die kleinen Sachen gehen. Dann kann ich das also doch hier rein schmeißen. Der macht Stoff. Und dann kann ich das also doch hier reinschmeißen. Der macht Stoff. Und Stoff brauche ich dann für meine Klamotten. Bei Fell habe ich genug. Gut. Dann schmeißen wir kurz die Sachen hier weg. Stellen wir uns ein paar Sachen her. Hier habe ich keinen Stoff drinne. Hier muss ja das Brett los werden. Hier ist auch kein Stoff drinne. Ich hoffe ich habe genug Stoff. Matsch. Ah. Da fehlt noch ein bisschen was. Äh. So. So. Hier war das alles. Ich brauche auch. Krass, ne? Ah. Ist aber gut. Da bin ich nicht. Das war ein bisschen zu weit. Stoff. Stoff. Erstmal Stoff. Ganz viel Stoff brauche ich hier. Ist hier Stoff drin? Hm. Nein. Ist hier Stoff drin? Drei. Hm. Okay. Handschuhe. Und. Ist hier Stoff drinne? Nein. Mehr Stoff. Auch nicht. Mehr Stoff mehr. Nein. Letzte Chance. Nichts. Okay. Da noch Stoff. Jetzt äh. Brauche ich noch. Handschuhe habe ich. Matsch. Seile. 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 Wo waren die Seile? Okay. Handschuhe haben wir. Witze haben wir. Krustenbar. Krustenbar. Und. Wohlsambar. Ich stelle die ganzen Sachen her und habe sie gar keinen Platz hier drinne. Hat er direkt angezogen. Ich hatte die Mütze auf. Die zeigt er an und die nicht. Egal. Und. Dann bräuchte ich jetzt noch. Ein Rucksack. Das ist Holz und Äste war der Rucksack. Äh Holz und Äste. Holz, Gras und Äste. Und. Schnur meine ich. Meine ich. Äh. Usa. 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 Da. Krass. Ach. Leder war das. Sechs. Krass. Zwei. Stämme. Habe ich da noch einen drin? Nein. Ich habe keine beiden Stämme mehr. Na gut. Dann muss ich. Wir suchen. Hm. Aber. Ich muss meine Taschen erstmal leer machen. Gut. Das auch ein bisschen. Bis gleich. In der. Wieder zurück. So. Ich bin hier angekommen. Ich laufe schon ein kleines Stück. Vergessen. Play zu drücken. Oder Aufnahmen. Und. Ich wollte. Holz. Ich habe mein Leder jetzt da vergessen. Ach nein. Nein. Ich brauche doch Leder für den Rucksack. Da ist auch Holz. Bitte lasst hier noch einen Reh sein, der gleich zwei Leder droppt. choir. üss. Oh, ich traurte. Aber dass die Leder vergessen. Nein, 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 nein. Ne, ich brauche gentleman. Die zwei Leder. Oh. Jetzt noch ein Glas. Ich hab das doch schon gefarmt, aber ich hab's nicht mitgenommen, oder? Ich hab's nicht mitgenommen. Aber es müsste noch irgendwo Gras gehen. Da, da oder da. Noch zwei Gras. Ach du, danke. Schau mal. Ehm. Ah, ich kann ja auch mal hier rein. Da, da, krass. Weint, krass. Jawohl. Upsack, herstellt, zack, zack, zack. Ah, super. Drei Zombies sind das, nicht nur zwei. Ach, einer, Lichter tot. Oh nein! Oh nein! Ich weiß nicht, dass wir so viele Beklezen sind. Oh nein! Let's summon you. Oh, beide kaputt. Super, beide Waffen kaputt. Es läuft. Nicht bei mir. Ich fordere hier mit der Faust zuschauen. Okay, wir brauchen jetzt alles. Alles, was hier ist. Jetzt haben wir erstmal die ganzen zehn Kisten ein, die noch da sind. Und dann haben wir auch hier noch zwei Kisten. Naja. Also die ganzen Kisten sind aber ich nicht eigentlich brauche. Erstmal austrinken. Darum brauche ich gerade auch nicht. Habe ich noch genug. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Für den brauche ich manchmal. Ich kann noch zwei Plätze verringern. So. So. Schau mal. Da unten, warum. Eine Kiste. Die ist leer. Ja. Ich weiß ja was machen. Oder den hier weg. Später wichtig. Das. Nur Platz für Schuld. Für mich gerade. Alles in eine Kiste rein. Und ich brauche noch Holz. Was. Immer noch Matsch. Ich habe noch so wenig Matsch. Äh. Ton. Tut mir leid. Ton. Das brauche ich nicht. Das erstmal nicht. Ich brauche Ton. Gibt es gar nicht mehr. Ich meine ich hätte keinen Ton mehr gesehen. Hier wird glaube ich der letzte Tonstück aufgesammelt haben. Ach nee. Ich brauche einen Ton. Holz. 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 Zwei Blitz habe ich noch frei. Zwei Level Blitz. Zwei Level Blitz. Schrott brauche ich nicht. Steine bräuchte ich auch. Aber eigentlich war ich nur wegen Ton hier. Hier ist voller Steine. Warte mal. Ich mache das anders. Dann kann ich Autolaus machen. Ähm. Erstmal teile ich den hier. Und dann teile ich den hier. Ich möchte erstmal keine anderen Sachen einsammeln. Außer Ton und Holz. Ach. Schrott habe ich schon drin. Na gut. Dann nehme ich auch noch ein bisschen Schrott mit. Schaff ich das überhaupt noch zurück. Habe ich doch so viel Energie. Ich glaube nicht. Ich esse auch noch einen Platz mehr. Wie weit. Haben wir gleich kaputt uns. Oh, das kommt jetzt zum Holz. Guck mal, ich fütte mal Mais. Ich kann noch was essen. Geh die langsam runter. Wenn der Hammer kaputt ist, kann er ja einen Stein aufsammeln. Holz, Holz, Stein, genau. Passt ja eigentlich alles so weit. Die Bären noch alle mitnehmen. Schön. Dann noch mal die kleinen Steinchen da auf. Nice. Ach, da sind doch mal kleine Steine. Das war's. Dann bräuchte man einen Hammer. Zack. Jetzt kann er noch mal den Rest füllen. 18. Und 20. Jetzt wird er noch mal den Rest füllen. Schrott. Da muss ich gleich schon wieder los. Na ja, hab ja auch was gesagt. Noch mehr Schrott. Okay. Jetzt gehen wir noch mal kurz zu der Kiste hin. Schrauben vielleicht in Sachen noch mal austauschen, weil ich kann ja nicht mal hierher laufen. Das ist meine letzte Energie. So, das bräuchte ich nicht. Nee, dieser bräuchte ich nicht. Den bräuchte ich zwar auch nicht. Den auch nicht. Den bräuchte ich nicht. Bräuchte ich nicht. Bräuchte ich nicht. Und den bräuchte ich eigentlich auch nicht. Was kriegt da noch alles zusammen? Steine brauche ich. Ich brauche sehr viele Steine. Ich brauche ja mal vier Steine für einen. Wie heißt das? Für so einen kantigen Stein. Für einen Klotz. Und da verpulver ich immer so viele Steine zur Zeit. Und dann, wenn ich jetzt die restlichen Steine alle gefarmt habe. Dann schaue ich mal, ob ich da noch was aus der Truhe mitnehme. 40 Steine. Schöne. Schöne. Ach, weiter so. Es sind 13. Ich habe noch. Es sind nochmal 6. Ich habe noch was gefunden. Okay. 13 gleich. Okay. Das war ich. Und das war's. Ich kann nichts mehr sammeln hier. Dann einfach zur Truhe nochmal gehen. Und jetzt so Sachen mitnehmen, die ich nicht unbedingt brauche. Aber damit der Weg nicht umsonst war. Ich nehme die Ohren und das wieder mit. Das lasse ich hier. Das lasse ich auch hier. Da habe ich die ganze Truhe. Die ganze Gäste vor. Da habe ich auch genug von. den oder den. Buch weiß ich noch nicht, was ich da kochen kann. Kleber habe ich auch noch einige. Oder? Himmelkleber. Nee. Gürte. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt so die 4 Sachen, die ich noch nicht so brauche. Nur ab und zu mal. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Ähm. Ich glaube, ich nehme den blauen. Ich glaube, den habe ich noch. Den habe ich auch noch. Bei den beiden weiß ich jetzt nicht. Ach ja. Säckmühle. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war es heute. Jetzt hier. Ich renne jetzt noch zurück zur Basis. Wenn ich es kann. Ansonsten laufe ich etwas länger. 15. Ich müsste noch eine Minute warten. Aber wird sowieso nichts mehr passieren. Das war es für heute. Ich sage mal, das war es für heute. Ich sage mal, das war es für heute. Ich sage Dankeschön für die Zuschauer. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.